Kassettenrekorder sind eine spezielle Form von Audio-Rekordern, bei denen die Tonaufzeichnung analog auf Kompaktkassetten geschieht. Sie sind eine in den 1970er Jahren populär gewordene kleine Variante der Tonbandgeräte. Die Kompaktkassette, auch Audiokassette genannt, wurde 1963 von Philips auf der Internationalen Funkausstellung in West-Berlin vorgestellt und in den Markt eingeführt. Mit dem Siegeszug der digitalen Tonaufzeichnung, vor allem des MP3-Formats als Träger für private Musiksammlungen, nahm die Bedeutung von Kassettenrekordern ab etwa dem Ende der 1990er Jahre stetig ab. Mittlerweile sind nur noch wenige Kassettenrekorder im Handel erhältlich. Arten von Kassettenrekordern Kassettenrekorder gibt es in einer Vielzahl von Kombinationen und Arten. Als meist tragbares Einzelgerät mit Lautsprecher und eingebautem Mikrofon. Als Diktiergerät mit Mikrofon und zusätzlichen Funktionen. Auch für Mini- oder Mikrokassetten mit verringerter Bandlaufgeschwindigkeit. Solche Geräte ließen sich vielfach durch einen am Mikrofon angebrachten Schalter stoppen und wieder starten. Als Teil einer Medi-Mini, Micro-Stereo oder Kompaktanlage. Als Radiorekorder mit eingebautem Radioempfänger. Als Kombination mit einem Radiowecker. Als tragbares Kleingerät zum Beispiel Sony Walkman. Meistens nur Kassettenabspielgerät ohne Aufnahmefunktion. Als Player im Autoradio. Bis in die späten 1960er Jahre hinein konnte man die handelsübliche vorbespielte Music-Kassette nur auf sogenannten Kassettophonen ohne Aufnahmefunktion abspielen. Erste Heimcomputer nutzten ab dem Ende der 1970er Jahre Kassettenrekorder auch zur Datenspeicherung. Die Daten bzw. Programme wurden dazu nach einem herstellerspezifischen Verfahren in hörbare Töne umgewandelt. Um mit der analogen Technik aufgezeichnet werden zu können und beim Wiedereinlesen entsprechend wieder digitalisiert. Die so erreichte Datenrate war typisch ca. 150., was für die geringen Datenmengen aber ausreichte. Standardausstattungselemente Wiedergabe Wiedergeben der Aufzeichnung Aufnahme Aufzeichnen mit Löschung der vorherigen Aufzeichnung auf dem Band. Eine Aufzeichnung kann durch das Ausbrechen der Löschschutzlaschen an Oberkante der Kassette für jede Seite einzeln verhindert werden. Doppelpfeile nach Linksrücklauf Schnelles Umspulen des Tonbandes auf die Abwickelspule ohne Tonwiedergabe Doppelpfeile nach Rechtsvorlauf Schnelles Umspulen des Tonbandes auf die Aufwickelspule ohne Tonwiedergabe Stopp Abheben der Andruckrolle und zumeist auch des Tonkopfes vom Band abschalten des Antriebs Pause Nur Abheben der Andruckrolle und Auskuppeln des Aufwickeldornes der Antrieb läuft die DR weiter und die Tonköpfe bleiben angelegt. Bei Aufnahme ist die Aussteuerungsanzeige weiter aktiv. Auswurftaste Jack bzw. Auswurftaste zum Öffnen des Kassettenfachs Autostop-System Bei einfachen Laufwerken liegt auf dem Tonband zwischen Ton und Löschkopf ein Stift, der die Spannung des Tonbandes überwacht. Strafft sich das Band, löst der Stift den Stopp aus. Bei aufwendigeren Laufwerken wird entweder die Rotation der Wickeldorne überwacht oder mit einer Lichtschranke das Einlaufen des transparenten Vorbandes am Anfang, Ende der Kassette abgetastet. Wird der aufwickelnde Dorn überwacht, schützt dies auch vor Bandsalat, Ein- und Ausgangsbuchsen, Kopfhörerausgang, Aussteuerungsanzeige, Aussteuerungsregler oder Aussteuerungsautomatik, VCR-Umschalter oder automatische Bandsortenwahl. Abfrage der Aufnahmeschutzlaschen an der oberen Kassettenseite Je nach Verwendungszweck, Preisklasse und Epoche findet man weitere Elemente und Ausstattungsmerkmale. Eingangswahlschalter zwischen Mikrofon, DIN oder SINCH-Buchse Unüblich geworden, seit DIN-Kabel nicht mehr gebräuchlich sind und Mikrofone nicht mehr eingebaut werden. Band-Zählwerk bei einfachen Laufwerken als mechanisches Zählwerk bei aufwendigen Laufwerken digital. Teilweise sogar in der Einheit Minuten, teilweise auch mit Restzeitanzeige eingebautes Mikrofon. Record-Timer, die Aufnahme per Zeitschaltung bedarf bei elektronischen Tasten, einer zusätzlichen Technik bei mechanischen Tasten genügt es, diese zu drücken und das Gerät an einer Zeitschaltur zu betreiben. Einstellbarer Kopfhörerausgang Eingebauter Radioempfänger Stereophonie Stillaufnahme Automatisches Einfügen einer Pause in die Aufnahme, die ZB ein automatischer Suchlauf zum Titelfinden nutzen kann. Automatischer Suchlauf der Pausen zwischen den Aufnahmen voraussetzt. Autoreverse-System Autorepeat Hinterbandkontrolle durch einen zusätzlichen Tonkopf Einstellbare Vormagnetisierung Rauschunterdrückungssystem, z.B. Dolby, Highcom, DNL oder DBX Beleuchtetes Kassettenfach Umschalter für Metallbänder CD-Dubbing Dich, 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 Dich Vielen Dank.